Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, lebt sich Not. B.J. Blazkowitsch. Caroline, du bist live. Wenn du schüttert in einem Läggen-Berlin bist, drei pulverized vertebrae. Du? Head trauma, vier inches of cast iron shrapnel, right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 Jahre in a loony bin. Good to see you, William. Friends and comrades, this is it. The Nazis stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished was built upon our knowledge. They think the war's over. To be a weak beaten. Don't have the guts to oppose them. And as always, they are wrong. Captain Blazkowitsch. Still fighting after all these years. I'm on this. With you. Always. In the end, we will be judged. Not by what we have destroyed. But what we have created. What the fuck did I just do? Mayhem and destruction like what you always do. It's just you doing you. Wake up. You're dead. Who have you been up to Blazkowitsch? Shootin'. Stabin'. Stranglin' Nazis. Let's go, bitch. What's your status? Well, I'm on the motherfucking moon. Rundi! Wer ruft dich? Schramschol! Die Papiere, bitte. Danke. Sie können passieren. Herr Hitler! Herr Hitler. Fucking Nazi-Tweil. This big fucking disgraceful building is a London-Nautiker. It used to be downtown London. Used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelated resistance. And then the Nazis brought in a London-Monitor and everything went to shit from there. They just do whatsoever they please now. They just fucking leveled everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility, this is. Aviation, space, all kinds of evil shit transpiring. Caroline and the other pilots should be over at the radio tab. I know, you see it. Anya's operating the radio back in Berlin. You can reach in using this. This is where you get off. Shalom, Blazkowicz. You make this count, alright? Oh, no. Oh, no. The target has a team. More than 300 kilos of explosives in that trunk. Could feel the shockwave all over here. It's all up to you now, Blazkowicz. They're moving into position at the top of the radio tower, approximately seven blocks from your location. You'll have to find a way to the top floor of the Nautica and open the hangar doors. That way, me and the other pilots can get inside. Right, it's all right. Oh, no. Was ist das? 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 Hey! Was ist das? 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 Willkommen im London-Nordiger, verehrte Besucher. Ich bin General Wilhelm Strasse, Vergründer dieses Museums. Schon als kleiner Junge hatte ich einen Traum. Ich träumte, dass ich eines Tages einen Roboter erschaffen würde. Wann immer ich mich einsam und ängstlich fühlen würde, sollte er meine Hand halten. Heute klingt das bald an, nicht wahr? Doch Träume sind es, die den Motor des Fortschritts abtreiben. Ohne Träume gibt es keinen Sieg. Ohne Träume gibt es keinen Führer. Ohne Träume gibt es kein Vaterland. Seit meiner Kindheit sind meine Träume zu einem wunderschönen Teil geworden. Der Schnur straks in die Zukunft fliegt. Unsere gemeinsame Zukunft. Deshalb errichtete ich das London-Nordiger. Ich bin froh, dass es viele junge Besucher dazu bewegt, Großes zu erschaffen. Genie... Sind Sie Ihren Besuch? Und dann besuch Entonces über Sie sein. Okay? Ihrkarst ein Nazi für ein seinesinnerneg Volker auf dich. Fuck you, Moon. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? 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 Hopefully the elevators haven't suffered any damage from the blasts. We'll be right back. Ich habe ein ganz mieses Gehirn, also. Noch mal. Aufzüge sind dafür ausgelegt, alle katastrophisch überstehen. Siehe als Grenzen! Ich habe eine ganze Zeit hier aus! Sei nicht so heiß als Sie! Und was zur Hölle macht er? Fliegenplatz wäre jemand, um auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Die Breaks oft nicht mehr. Was könnte das? Better stand on the counter, wait. Ich denke, ich habe etwas gefunden. Was hast du gesehen? Artifacts gegründet. Highly technologisch in der Natur. Parchment. Looks wie Hebron. Ich denke, die Nazis versuchen all diese Dinge zu retten. Ich denke, alle diese Dinge zu retten. Sind es gibt irgendwelche Marken? Doth? Du solltest. Doth, Abel, Apostrophe, Abel, Tara, Space, Yoke, Item, Charlie, Howe, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot Ye Should. Will do. Be careful out there. I like her flask of it. Good catch. Be sure to bring as much of this Dot Ye Should stuff as you can carry. Will do. I think you're in the room that's blacked out on the blueprint. The door is reinforced with blast shields. You'll have to find another way out. Versuchsprogramm gestartet. Versuchsprogramm erfolgreich. Versuchsprogramm members – All right, let's fire it up. All right, let's go. About two floors up is an access point leading directly into the hangar. You should be very close. The hangars where the project is for helicopters are kept. There's my helicopters. That's death's head, engineer. That's your bottom dollar, yes. It used to be easier. You didn't have big honking robots. And I had an army. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 I'm nuts. 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 Don't move. I'm nuts. 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 I'm nuts.